Ich bin Julia Hössle, ich arbeite in der Erwin-Müller-Gruppe in Wartdingen. Ich bin in der Stickerei bzw. Produktion tätig. Wir haben uns für die Firma Mountic entschieden, da Mountic Marktführer ist, sehr gute Resonanzen hat. Wir sind Marktführer, haben sehr gute Qualität und legen natürlich auch Wert darauf, dass unsere Qualität auch da weitergeht. Ich bin Nideria Aydin, ich arbeite bei der Erwin-Müller-Gruppe in Wartdingen und arbeite bei der Produktion an der Stickmaschine. Ich bin sehr zufrieden mit den Maschinen, es macht mir Spaß mit den Maschinen zusammenzuarbeiten und wenn es Probleme gibt, dann ist immer ein Techniker zu erreichen, dass ich das sehr schnell anschauen kann. Daher gibt's die Hier können wir annehmen. Untertitelung des ZDF, 2020